Jetzt machen wir Cordon Bleu. Da braucht es neben ein bisschen Kochwissen auch noch eine gute Hand. Aber das arbeitet ihr locker. Ihr braucht dünne Kalbsplätzchen, Schinken, Käse, Salz und Pfeffer. Für die Banade Eier, Paniermehl und Weissmehl eine Zitrone für das Finish und die Bratbutter. Haarpfel und Öl für die Country Fries, ein bisschen Aceto Balsamico und grünen Salat. Eine grosse und eine kleine Brautpfanne und ein Gefrierbeutel. Als allererst heizen wir den Bachofen vor. Bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze. Für die Schinkenkäsefüllung formen wir schöne, kompakte Päckchen. genau so. Dann klopfen wir die Plätzchen. Diese sind in den Gefrierbeuteln und klopfen sie mit einer kleinen Pfanne, bis sie nur noch 2-3 Millimeter dick sind. Das macht natürlich auch gerne der Metzgerverein. Dann legen wir die Schinkenkäsepäckchen auf die Plätzchen, das ungefähr noch die Hälfte frei ist. Die Cordon Bleu zuklappen, drücken die Ranggüte an und würzen mit Salz und Pfeffer. Soli, und jetzt machen wir die Panierstrasse parat. Nehmen drei Teller. In eins die Mehl, ins andere die Eier und ins dritte das Paniermehl. Legen die Cordon Bleu eins für eins ins Mehl. Schön kehren und gut abklopfen. Ab damit ins Eierbad. Und zum Schluss ins Paniermehl. Gut antricken und fertig. Jetzt stellen ihr Cordon Bleu auf die Seite und machen den Öl an Country Fries. Geben das Öl, Salz und Pfeffer zu den Härfelschnitzern und mischen alles gut durch. Verteilen die Pommes auf dem Bachblech und ab damit in den Ofen für 20 bis 30 Minuten. Jetzt haben wir Zeit für die Cordon Bleu zu braten. Bratputter in die Pfanne und den Kochherd auf mittlere Stufe anstellen. Wenn die Bratputter heiss ist, also richtig flüssig und den ganzen Pfannenboden deckt, die der Cordon Bleu. Das muss so richtig brutzeln. Nach ca. 3 Minuten kehren der Cordon Bleu und braten sie noch mal 3 Minuten, bis rundum die Goldbrünen sind. Wenn die Cordon Bleu fertig sind, die hat sie noch ca. 5 Minuten in den Ofen zu den Country Fries. Jetzt habt ihr noch gleich gute Zeit, für einen Salat zu machen. So ein paar einfache Zutaten längend für einen feinen Salat zu zäubern. Tipptopp, noch etwas Zitronensaft auf die Cordon Bleu und ab auf den Tisch mit dem Fastmaul. Ein Güter zusammen!